Moinsen! Der Center left vor der 2, wuuu! Ja! Ich häng noch mitten im Ladebildschirm und ich glaub mein Spiel hat sich aufgehangen. Noooin! Erste Fails! Erste Fails! Gibt's vor der Loading Screen überhaupt! Es lädt! Es lädt! Es lädt! Dieses Ding dreht sich! Hahaha! Gott! Ja! Ja! Äh! Einfach so! Wir haben extrem lustig werden! Ja, wir sind leider noch zu dritt! Shorty stell dich vor! Shorty! Ja, ja, hallo! Ja, ja, hallo! Ja, super! So, ich war gerade mal ganz kurz lecker! Der erste Part fängt ja super an! Ich merk's schon! Der andere denkt, dass sein komplettes Spiel verreckt ist! Cool! Erzählt noch der Fail von Fred! Ne, der Fail von Fred ist, dass er keinen vierten geholt hat! Was zur Hölle! This third party server provided by Kifferstübchen! Was zur Hölle! Kifferstübchen sind saugute Server! Kein Betrügen, kein Angriff auf Teammitglieder! Was zur Hölle! Also, ich muss zugeben, ich hab noch nie Left 4 Dead oder Left 4 Dead 2 gezogen! Nein, ich will nicht! Ich will... Ja, ich will auch umsachen! Ich will zwei Pistolen, die sind cool! Also, wir haben hier den Shorty! Den... Den weißen Nigger! Wir haben... Oh Gott! Coach ist KI! Jaaa! Das bedeutet, wenn der Schwarze zuerst stirbt! Dann macht das nicht so viel! Jaaa! 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 Ähm... Haha! Du musst klein und weiblich! Boah! Lass es mal! Ich hab jetzt schon nur noch 84 AP! Hey! Du weißt doch wer es voran offen hat! Oh Mann! Ich dachte jetzt grad eben ehrlich gesagt! Ihr hättet die... Die... Die Tür hinter mir zugemacht! Aua! Aua! Ich hab jetzt schon nur noch 50 AP! Hey! Jetzt hab ich mich dann auf ne Idee gebracht! Oh Gott! Ich an schrecklich ist! Teamkill! Ah! Oh, sorry! Jaaa! Demo tötet alles! Session! Was denn? Nicht schießen, wenn ich da mitten drin! Oh Gott! Coach muss ich jetzt schon zum ersten Mal healen! Ich seh schon! Das wird lustig! Jaaa! Jaaa! Wie ist irgendwo gefeimt drin? Jaaa! Okay! Mitkomm! 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 Go! Go! Ich störe beim Hatchert! Waaah! Mitkomm! Und Jockey! Get Adrenalin! Was zur Hölle? Jaaa! Schau aber die ganze drauf! Er macht nur den Last! Und er kriegt den Kill vom Jockey! Aaaa! Ein komisches Männchen! Alter! Was machen die hier die ganze Zeit? Diese ganzen... Ja! Ich bin down! Was zur Hölle? Wieso sagt mir das denn keiner? Das hab ich dir vorhin gesagt! Ja, aber ich dachte das wär nur Probeaufnahme! Was soll's? Nein! Nein! Das war keine Probeaufnahme! Oh Gott! Wir haben jetzt schon nur noch halbes Leben alle! Woaaaa ruuwenAu 000 000 000 000 mobSpitzel. Alter Schwede, what the fuck! Maul! Ich bin doch kein Loser und muss mich heilen! Okay. Ich kann das wirklich tun. Ich kann das tun. Das ist nicht wirklich Expert, oder? Bitte nicht. Doch, irre. So, zwei Magazin auf einen Zombie verbraucht. Klasse. Hier liegt normalerweise, genau da liegt normalerweise... Oh Gott, lag. Das ist... Uncool. Immer noch der Expert Mode. Hier gibt's nicht so viel. Dreh, rutsch mal. Ich seh was, ich seh was. Was? Nein, wer? Oh Gott, Chainsaw incoming, oder was? Shorty, tu mal deinen Kopf da weg! Besser. Ja. Der Erste kriecht immer. Klettert der so aufs Bügeleisen? Meint der so? Ja. Uhu. Oh Gott, der lebt ja immer noch. Ich hab was gefunden. Halt! Ich will's haben. Ja, ich bin sofort da und ich hatte grad eben noch 30 Leben, was wollt ihr eigentlich? Gett mir meinen Kopf rein, genau. Hm, rutsch mal, wir sind gar nicht gestorben. Ja, weil du grad in meine Knarre reingranst wirst. Und das ist immer noch der Expert Mode. Scheiß Expert Mode. Här ist lust. Ah, ha, ha! Ahぁ, Cow Heart ist doch unigen! Oh, man! M-hm ja, klasse Idee das jetzt hier reinzuwerfen. Hey, komm mal her, Fred, dann nimm das mal auf, um mal Kotze und feine Zombies. Ihr seid echt... Ja, hallo, wir sind Überpro. Man muss dazu sagen, ich spiele das Spiel zum ersten Mal. Lass uns doch rennen. Da vorne, Fred, komm mal raus. Wie ist das? Was? Guck doch. Ha, wie geil. Alle rennen runter. Okay, komm schon, weiter. Oh Gott, da ist jemand mit Anzug. Hey, was ist das denn für ein Honk? Der will da doch nur runterlaufen. Ey, die lassen manchmal Boomer Kotze fallen, ne? Da müsst ihr auch passen. Oh Gott, ich dachte eben... DJ Ot... Otzius. Was? Sonst ist einer gejoint. Okay. Wie kann man sprechen? Ich guck, Pause oder so? Keine Ahnung. Hallo? Hallo? Heißt du mich? Ja, ich guck mal ganz kurz nach... ...difu- ...neu mal... ...options... ...keyboarden, mouse... ...edit-key-buttons... ...ehh... ...use communication... ...C! WTF? Hallo? Hi there. Jetzt sieht schon was dauernd. Ups. Ich bin ein Reis. Ich bin ein Reis. Ich bin ein Reis. Ich bin ein Reis. Oh Gott, Shorty. Dock dich mal, Demo. Demo, docken, Steuerung. Oh, what the fuck? Spitter, äh nein, Smoker. Danke. Ja, ja, mit so einem Meggen-Mod. Texas Chainsaw Massacre. Seitdem haben wir schon was Spaß gefunden. Nein! Ey, hallo. Also, als so ein Charger-Fies. Charger-Oar. Reviving-Team-Mate. Scheiße. Ja, okay, ist logisch. Demo braucht erst mal die Pille. Was? Und er ist schon tot. Der Schwatte ist tot. Nein, 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 nein. Nimm doch den Revive-Dings für den Schwatten. Hab ich da? Nein, guck mal, der liegt da hinten. Ich hab'n D. Wo? Ja, also gibt ihn dem dort den Schwatten, dem Schwatten. Ja, wenn du schon in der Würde, dass immer der Schwatte ist. Ja, genau. Der Schwatte. Der Schwatte. Man, 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 man. Muss ich euch alle immer aufheben hier. Ja, sorry. Das ist so schrecklich. Ja, dafür bist du nur mitgekommen, Demo. Nur dafür. Ja, ein Zombie kriegt damit jetzt, oder was? Nicht gesund. Oh Gott, Boomer! Oh, oh. Woo! Scheiße. Ich hab'n, ich hab'n... Ja. Ich hab'n... Ich hab'n... Ich hab'n... Ich hab'n... Ich bin schwarz-weiß. Was bist du denn? Ich hab irgendeine Chemikalie. Nicht im schwarzen. Ähm. Es ist so toll, alles im schwarz-weiß zu sehen, oder? Oh Gott, ja super. Okay, gleich bin ich nahe als genug Self-Kills. Oh Gott! Gibt das den Schwarz und Blauen? Leute, recovered ihr mich? Fast schon will ich den Schrotten behauen. Ja, wir folgen ihm jetzt einfach mal. Schrotflinten, hier sind Schrotflinten. Oh Gott, hier doch lieber Demo, du Honk, ey. Hier sind Shotguns, aber ich will keine Shotgun. Obwohl, will ich eine Shotgun? Nein, ich will meine Super-Mega-Überwaffe. Oh Gott, Leute, wartet auf mich. Wartet auf mich. Wir müssen, wir müssen, wir müssen leider auf Demo aufpassen. Hey, der stirbt gleich. Ja, guck mal. Oh Gott, ja, sorry. Sorry. Das ist ja auch geil, ey. Demo, 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 Demo. Ja, ja, ich stehe hinter dir. Oh, fail! Ich bin tot, ich bin tot. Ich bin tot, ich bin tot. Hat jemand Defi? Fred, du hast ja alles getötet. Nein! Nein, du hast den Doppi am Arsch gesehen. Hab ich nicht, ich bin gut. Fred, äh, Fred, hast du Defi? Ja, hab ich. Oh Gott, ja, klasse, jetzt bin ich tot. Jetzt bist du wirklich tot. Wer ist denn da? Oh Gott! Pass auf, sauf, den Zoms. Pass auf, Spitterkotter. Ja, komm schon. Oh Gott! Oh Gott! Was bin ich tot? Ich gehe jetzt einfach mal... Hier, Demo. Demo darf, darf leben. Weiß ich nicht! Srip! Wieso kann man den nicht öfter benutzen? Komm schon, hier, Demo, wir schaffen das. Letztes Spiel aber auch auf Export. Komm mit, komm mit, komm mit. Vor allem, weil wir alle so viel Erfahrung mit haben. Hm, ja, Hunter, 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 Hunter auf mir, Hunter auf mir. Jo, das war's. Ich sehe schon, das fängt ja großartig an. Können wir nicht mal irgendwie die Schwierigkeit ändern? Das ist doch scheiße. Oh, warum? So, Advanced reicht. Ähm. Change Difficulty. Advanced. Ja. Ja, ich finde aber generell, wir sollten kurz eine Aufnahmepause einlegen, damit ich Grafiksettings umstellen kann. Okay, dann warte Chaochi mal ganz kurz und renne nicht vor, genauso wie der Schwatte nicht. Dann würde ich sagen, bis gleich! Ja. Ja, wir schauen gleich. Ja. Ja.